Samstag, 2. September 2017. Wir hatten den Absprung gestern nicht so richtig geschafft, aber der ist schon da, das freut mich. Problem ist nur, ich muss noch richtig krass aufs Klo. Groß. Und ab geht er. Wir sind auf dem Weg zum Jugendgesinnabstieg von Felix Boronczyk. Boronczyk CZYK. Wir waren gestern noch etwas länger nach dem Klosterstief hier auf der Fenlowstraße im Yuka Club, aka CBE, aka Clubbahnhof Ehrenfeld. Und da, wie gesagt, haben wir den Absprung nicht geschafft. Ich war 5 zu Hause, bin mitfahren nach Hause, war noch bei McDonalds, hab auf der Strecke hier auf der Aspel, hab ich noch meinen McRib verloren und meinen Big Mac. Mein Big Mac ist echt aufgeklappt und lag auf dem Feld. Und dann dachte ich mir, ja, ist ja kein Problem, ne 3-Sekunden-Regel, baust du wieder zusammen, beiß rein, übelster Stein. Ich dachte, mein Zahn fällt raus. Habe ich den Big Mac dann mal im Feld liegen lassen, also da wächst jetzt ein Big Mac-Baum. Achso, wir fahren jetzt Bubble Ball spielen, ne, wie heißt das? Das wird mega lustig und deswegen habe ich diese Kamera dabei. Das wird mega spaßig. Banane? Banane. Hier, coole Leute trinken Kakao, Trottel, Banane. Gucken wir mal, ob hier so ein Muu kommt, den ich 500.000 Euro gewonnen habe. Muuu. Warst du das? Den habe ich nicht gewonnen. Ich wollte gerade sagen Glückwunsch. Bist du gut drauf, Jan? Bist du gut drauf? Nein. Okay, krass. Guten Morgen! Morgen ist, äh, Sonntag. Richtig! Na, ich drauf. Geil. Direkt mit einem geilen Scherz eingeschränkter Typ. Jan, haben wir mal eine offizielle Uhrzeit? Zehn ab. Zehn nach elf. Zehn nach elf. Erste Bier. So, ich glaube, wir sind vollzählig. Ist das korrekt? Zehn nach elf. Warte mal schon. Jawoll, Junge! Du Trottel! Du Trottel! Junge, sehn abzieht! Fotze! Hi. Hast du gedacht? Hast du gedacht? Hast du gedacht? Hast du gedacht? Dich hat niemand unten gehört. Niemand. Nicht? Echt? Scheiße. Ja, so ne Überraschung. Ja, so ne Überraschung. Was recht jetzt heute? Was hat da keiner mit... Ja, ey, mein Gott. Hey, gut siehst du aus? Was ist das Besörtlich? Wollt ihr sein? Na, war so interessant? Moin, gut siehst du aus? Arsch mit? Prost. Prost, auf dich und eure Wettfried. Tschüss. Tschüss. Oh, was hat denn da? Ich hab schon gemacht. Und gestern. Servus. Hi, ich bin der Sebastian. Hallo, Michael. Schön, dich kennenzulernen. Das wirst du heute nicht wieder sagen. Das sieht richtig scheiße aus. Sieht richtig scheiße aus. Samen hoch. Freut euch mal. Ich bin über das Grubenbindenfußball, ne? Boah, Alter. Jawoll! Ja, das war knapp. Aber ich mach's einfach nicht so. Ich mach einfach das hier. Ich hab Bock hier alle wegzupoken. Sprach mal einfach mit Leuten drum, Alter. Genau. Nur auf Mann gehen. Boah, stark, Junge. Hab ich drauf. Oh, ja. Ist das anstrengend. Mega geil. Quatsch. Weil jetzt da vorne steht, kann ich schon anders sagen. Mach du. Wieder eine oder wieviel? Boah! Boah! Alter Lindner. So, sind wir bereit oder was? Ach, nur noch auf euch! Ach, Quatsch! Hey! Das war edel. Ich freu mich ganz doll, dass ich das machen darf für dich. Das ist mir sehr, sehr viel wert. Und ja, jetzt hab ich genug geschweilt und jetzt wird Poker gespielt. Viel Spaß! Hört, 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 hört! Gin Tonic. Ich hab schon zwei Leute rausgeschmissen. Also einmal den Felix rausgeschmissen, den Kreuziger und dann noch den Dan rausgeschmissen. Fuck, ich bin raus. Nice. Was kann man denn hier essen? Angekommen im Haxenhaus. Endlich im Söckchen. Du kriegst das Bier, wo ich sehe, dass ich hier rein spucke. Ach, im Jade. Im Jade? Prost zusammen, ne? Auf Weltfrieden. Mexikana, Mexikana, Mexikana! Ich hab dich schon wirklich viele Fehler machen sehen. Ich glaube, das, was du für's nächste Woche machst, ist keiner. Ohhhh! Hört, hört! Oh, wie süß! Mit Zinte! Mit Bleistim! Mit Bleistim! Mit Bleistim! Und weißer Farbe! Mit und weißer Farbe! Deutscher Meister! Nur der Keizsee! Nur der Keizsee! Nur der Keizsee! Wir singen dem Felix ein Lied. Du altes Arschloch! Du nebst ja immer noch! Frust! Alter, ist das eklig! Boah, Alter! Boah! Alter! Ein bisschen! Wir in der Heiligen Stunde! Lalalalala lalalalalalalalalala! Lalalalalalalalalalalầuair Es ok, es ok.